Jesus Christus spricht, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mohammed, siehe, er, Jesus, ist nichts als ein Diener, dem wir gnädig waren. Sure 43, Vers 59. Jesus keiner kommt zum Vater außer durch mich. Mohammed, Gläubige sind nur, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Sure 24, Vers 62. Jesus wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Mohammed, Allah ist nur ein einziger Gott, er ist hoch darüber erhaben, dass er einen Sohn haben sollte. Sure 5, Vers 171. Jesus wer an mich glaubt bis zuletzt, der wird das ewige Leben bekommen. Mohammed, Ungläubig sind, die das sprechen, Allah, das ist der Messias, der Sohn der Maria. Sure 5, Vers 17. Jesus sie werden euch hassen um meinetwillen, sie werden euch hassen ohne Grund. Mohammed, und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Sure 47, Vers 4. Jesus liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mohammed, sie sollen kämpfen auf Allahs weg und töten und getötet werden. Sure 9, Vers 111. Jesus liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Mohammed, oh, ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden. Sure 5, Vers 51. Jesus liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Mohammed, oh, ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht meinen Feind und euren Feind zu Freunden. Ihr zeigt ihnen Liebe, wie wohl sie nicht glauben. Sure 60, Vers 1. Jesus, wer dir auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linker hin. Mohammed, und so sie den Rücken kehren, ergreift sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet. Sure 4, Vers 89. Jesus, ihr könnt den Beelzebub nicht mit dem Beelzebub austreiben. Mohammed, sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packt sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. So sie jedoch bereuen und das Gebet verrichten und die Armensteuer zahlen, so lasst sie ihres Weges ziehen. Siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig. Sure 9, Vers 5. Jesus und wenn dein Bruder siebenmal am Tag gegen dich gesündigt hat, so verzeih ihm siebenmal. Mohammed, nicht kommt es dem Propheten und den Gläubigen zu, für die Götzendiener um Verzeihung zu bitten. Sure 9, Vers 113. Jesus geht nicht zu denen, die euch lieben, sondern zu denen, die euch hassen, denn welchen Nutzen hat es, wenn ihr nur denen gebt, von denen ihr wiederbekommt? Mohammed, Mohammed ist der Gesandte Allahs, und seine Anhänger sind streng gegen die Ungläubigen, barmherzig untereinander. Sure 48, Vers 29. Jesus zieht zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Mohammed, die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendiener werden in das Höllenfeuer kommen und ewig darin verweilen, sie sind die schlechtesten Geschöpfe. Sure 98, Vers 6. Jesus richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Mohammed, und der Dieb und die Diebien, schneidet ihnen ihre Hände ab als Lohn für ihre Taten. Dies ist ein Exempel von Allah, und Allah ist mächtig und weise. Sure 5, Vers 3. Jesus wahrlich, ich sage euch, die Dirnen und Zöllner haben mir eher geglaubt als ihr. Mohammed, und Allah liebt keinen Ungläubigen und Sünder. Sure 2, Vers 276. Jesus wer von euch ohne Sünder ist, der werfe den ersten Stein. Mohammed, die Zensur und den Hurer, geißelt jeden von beiden mit hundert Heben. Sure 24, Vers 2. Jesus sie sündigte viel, weil sie viel liebte, darum wird ihr vieles vergeben. Mohammed, die ungehorsamen Frauen, warnt sie, verbannt sie in die Schlafgemecher und schlagt sie. Sure 4, Vers 34. Jesus nicht was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was aus ihm herauskommt. Mohammed, verwertest euch krepiertes, Blut, Schweinefleisch und das, über dem ein anderer Name als aller angerufen wird. Sure 5, Vers 3. Jesus wascht nicht so viel eure Hände, sondern eure Herzen. Mohammed, und so ihr durch Samen befleckt seid, so reinigt euch, und so, ihr habt die Weiber berührt und findet nicht Wasser, so nehmt guten Sand und wischet euch das Gesicht und die Hände damit ab. Sure 5, Vers 6. Jesus euer Vater im Himmel freut sich über ein einziges verlorenes Schaf, das umkehrt, mehr als über 99 gerechte. Mohammed. Und wenn sie um Gnade bitten, so sollen sie doch nicht begnadet werden. Sure 41, Vers 24. Jesus mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mohammed, und kämpft gegen sie, bis die Religion Allah gehört. Sure 2, Vers 193. Jesus wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Reich Gottes nicht schauen. Mohammed, siehe, für die Gottesfürchtigen ist ein seliger Ort, Gartengeäge und Weinbüge, Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen und Vollbecher. Sure 78, Vers 31 ff. Jesus gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mohammed, kämpft gegen diejenigen der Schriftbesitzer, die nicht an Allah glauben und sich nicht zur wahren Religion bekennen, bis sie ihren Tribut gedemütigt entrichten. Sure 9, Vers 29. Jesus der Niedrigste unter euch, der allen dient, wird der Höchste sein im Himmel. Mohammed, vorgeschrieben ist euch der Kampf. Sure 2, Vers 216. Jesus da sprach des Knechtes her, du bist als Letzter zu mir gekommen, aber ich möchte dir vollen Lohn geben wie den anderen. Mohammed, und für alle sind Stufen nach ihrem Tun, dass Allah sie für ihre Taten belohnt. Sure 46, Vers 19. Jesus passt euch nicht der Denkweise dieser Welt an. Mohammed, Allah verhieß euch, reiche Beute zu machen und beschleunigte sie euch. Sure 48, Vers 20. Jesus Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Mohammed, was wir auch an Versen aufheben oder in Vergessenheit bringen, wir bringen bessere oder gleiche dafür. Sure 2, Vers 106. Jesus auch stellt man sein Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf den Berg, damit es allen leuchtet. Mohammed, er, Allah, ist's, der Herr absandte das Buch, Koran, in ihm sind evidente Verse, und andere dunkle. Sure 3, Vers 7. Jesus nicht zu richten, bin ich gekommen, sondern zu retten. Mohammed, wie aber wird's sein, wenn die Engel sie, die Ungläubigen, zu sich nehmen und sie aufs Gesicht und den Rücken schlagen. Sure 47, Vers 27. Jesus auf dich, Petrus, baue ich meine Kirche. Mohammed, das Mönchtum jedoch erfanden sie, die Christen, selber. Sure 57, Vers 27. Jesus viele sind berufen, doch nur wenige auserwählt. Mohammed, Allahs Hass ist größer als euer Hass gegen euch selber, da ihr zum Glauben gerufen wurdet und ungläubig warret. Sure 40, Vers 10. Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben wisst, um wie viel mehr weist dann euer guter Vater im Himmel, euch Gutes zu geben? Mohammed, wir wissen nicht, ob Böses für die auf Erden beabsichtigt ist, oder ob ihr Herr das Rechte mit ihnen vorhat. Sure 72, Vers 10. Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Gerüchten über Kriege, geht nicht hin. Mohammed, an jenem Tag, an dem wir angreifen werden mit dem größten Angriff, siehe, da werden wir Rache nehmen. Sure 44, Vers 16. Jesus, es werden Antichristen kommen, und ich sage euch, viele sind schon da. Mohammed, geoffenbart ward mir, dass eine Schar der Chin, Dämonen, lauschte und sprach, siehe, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Und wir glauben an ihn und stellen nimmer unserem Herrn jemand zur Seite, denn er hat sich keine Gnossin, Maria, genommen und keinen Sohn, Jesus. Sure 72, Vers 1 ff Jesus an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Mohammed, noch vermochte kein Prophet Gefangene zu machen, ehe er nicht auf Erden gemetzelt. Sure 8, Vers 67. Jesus die Letzten werden die Ersten sein, und die Ersten die Letzten. Mohammed, und geheißen ward mir, der Erste der Muslime zu sein. Sure 39, Vers 12. Jesus Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mohammed, siehe, der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten Befehden und Verderben auf der Erde bereiten, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Sure 5, Vers 33. Jesus hütet euch vor den falschen Propheten. Mohammed, mein Herr, siehe, mein Volk hält diesen Koran für Eitlers Geschwiz. Sure 25, Vers 30. Jesus Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mohammed, siehe, der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten Befehden und Verderben auf der Erde bereiten, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Sure 5, Vers 33. Jesus hütet euch vor den falschen Propheten. Mohammed, mein Herr, siehe, mein Volk hält diesen Koran für Eitlers Geschwiz. Sure 25, Vers 30. prochen, bin ich ganz bare, was sie liefern. Michaelías, mein Herr, siehe, mein Sechtaufer. uargoten, ... können auch die Räumberschön. Sehr nevlimen, relativare。 Johnny, bin ich ja, mein heißt Grächt hat. Jumsra Optionen und meine Löten. Mein Herr, komponiert euch vor diesellers十aufen grooms $! Bremen Sie sich zum 동안, dem sowas married schon an Lohnladen und das sindorausgeschw. Aber erfolgt diese beiden F Hitze. I like糞iert diese Verteile. Ich ich dir능stir, ich beim Erinoksishop. Emelie, mein Herr, Vernambiyorum, ciendo haben die Lehmombaksi, Untertitelung des ZDF, 2020